So, ihr wisst ja, der 5. September kommt jetzt dann langsam und ich weiß, viele von euch sind schon wahnsinnig aufgeregt, weil wir wissen, am 5. September geht es wieder zur Sache in Judenburg, Stars on the Dance Floor. Ich kann mich ja selber auch eigentlich wahnsinnig gerne. Ich sage es ganz ehrlich, weil das Thema Tanzen war für mich eigentlich immer schon ein großes Thema und ich will ja wahnsinnig gerne Tänzer werden, wahnsinnig gerne. Das Problem ist nur, zwei Argumente haben letztendlich dagegen gesprochen, mein linker Fuß und mein rechter. So gesehen, lasse ich es dann doch vielleicht lieber aus. Ich glaube, ich mache keine wirklich gute Figuren am Tanzboden. Aber natürlich für euch, ihr wisst ja, die ganzen Politiker, die ganzen Promis, die Lokalen und wer alle antritt dort, das wird eine Riesengaude für euch alle. Mal schauen, ob ich irgendwie die Möglichkeit habe, wenig zuzuschauen, weil es klingt schon sehr, sehr spannend. Und deswegen sage ich einmal, kommt ziehen, schaut euch das an und ich wünsche euch einen super, super leihwerten Abend und tanzt recht fleißig. Gut.